Hey Kinders, was geht bei euch? Willkommen zu einem weiteren Giveaway hier auf dem Kanal. Das letzte ist zu Ende, der Gewinner wurde angesagt, neues Giveaway ist am Start, wie versprochen. Ab heute gibt es eine AK-47 Kartell, die wird jetzt hoffentlich gerade angezeigt. Und wie ihr diese AK gewinnen könnt, erzähle ich euch gleich. Aber erstmal ein Dankeschön an die Sponsoren. Skinbaron, unser Partner beim Skins kaufen und verkaufen. Jetzt um 18 Uhr ist Livestream, heute wahrscheinlich für euch jetzt gleich oder sogar schon jetzt. Weil einige das Video erst etwas später sehen. Der ist bis ungefähr 21 Uhr. Also wenn ihr das jetzt hier gerade hört und denkt, hu, ist das noch gar nicht 21 Uhr, flupp, könnt ihr mal reingucken. Da könnt ihr richtig fette Pluspunkte sammeln. Ansonsten läuft das Giveaway, so wie die Giveaways immer laufen. Das heißt, alle, die jetzt schon tausendmal gehört haben, wie das funktioniert. Und die nicht daran interessiert sind, wie ich hier im Hintergrund gespielt habe, in diesem Arms Race Gun Game Ding. Die können natürlich, weiß nicht, weglaufen oder sowas. Also natürliches Video durchlaufen lassen, das ist klar. Watchtreiben 100%. Nun ja, also, das Giveaway ist wie immer auf Aktivität aufgebaut. Das heißt, wer hier auf diesem YouTube-Kanal aktiv ist, der ist bei diesen möglichen Gewinnern mit dabei. Man kann auch seine Aktivität erhöhen, indem man halt in den Stream geht, indem man auf, was weiß ich, Twitter oder Instagram vorbeischaut. Wobei es da wichtig ist, dass ihr nicht so viele unterschiedliche Namen habt, beziehungsweise euren richtigen YouTube-Namen dazu schreibt. Viele heißen auf Twitch anders, als sie auf YouTube heißen. Da sollte man halt eben dazu schreiben, am besten auf YouTube, wer man auf Twitch ist. Und schon ist die Verbindung am Start. Also schreibt mir gerne auch jetzt im Livestream auf Twitch, hey, ich bin der Hans von YouTube und ich bin mal ein bisschen da. Das gleiche gilt auch für Twitter, Instagram und so weiter, sofern ihr da anders heißt. Ein paar von euch, ein paar wenige, haben den Namen überall oder haben einen ähnlichen Namen überall am Start. Das ist natürlich hilfreich, ne, bei sowas, wenn man da Hinz und da Kunz heißt. Schwierig. Dieses Giveaway wird 10 Tage laufen, so wie das letzte, glaube ich, auch. So laufen sie eigentlich meistens 10 Tage lang. Und dann wird der Gewinner bekannt gegeben in irgendeinem Video. Es gibt kein extra, hey, Gewinner-Video, sondern der Gewinner wird einfach in irgendeinem anderen Video angesagt, das halt dann gerade hochkommt oder hochgeladen wird. Ich habe den Gewinner noch nie an Punkt, äh, Tag 10 angesagt, sondern meistens 1, 2, 3, 4 Tage danach. Nur, dass ihr so circa Bescheid wisst. Ihr müsst bei diesem Giveaway auch nicht abonnieren, äh, um mitzumachen. Man kann einfach so gewinnen, es zählt, wie gesagt, nur die Aktivität. Ich nutze das natürlich, äh, erstens, um euch halt eben zu beschenken, ja, um was zurückzugeben und so weiter und so fort. Äh, und zweitens, um natürlich auch wiederum neue Leute auf den Kanal zu locken und, ähm, sie so ein bisschen dazu zu bringen, Videos zu schauen. Äh, so haben wir vor allem auf Twitch einen Großteil, einen sehr großen Teil der, der gesamten, wirklich harten Mitglieder, die jetzt immer da sind, die reinhasseln und so weiter. Oder so kamen die Leute zu uns. Die meisten sind, äh, Skingeier gewesen oder halt, ähm, Skininteressierte, um es nicht so gemein auszudrücken. Aufgrund dieser Aktivitätsgeschichten, die ich da immer hab, ist man ja so ein bisschen gezwungen oder genötigt, äh, eben sich auch mit dem Content auseinanderzusetzen. Und da haben halt viele gemerkt, dass es ihnen gefällt und dann sind die auch einfach geblieben. Und das ist eben meine, äh, mein Ziel oder so, ja, doch, dass man halt guckt und wir möglicherweise neue Leute dazu bekommen. Wer aber einfach nur auf der Durchreise ist, das Ding abstaubt und dann wieder geht, ist auch nicht schlimm. Diese zehn Tage, in denen ihr eure Aktivitäten hier auf diesem Kanal eben auch ausweitet, äh, die kommen dem Kanal zugute. Wachstum, Zahlen, Minuten, die geschaut werden und so weiter, Kommentare, Pipapo, darum ist auch jemand, der auf der Durchreise ist, natürlich gern gesehen. Wir freuen uns natürlich alle, wenn jemand da bleibt, ähm, aber, ne, gerade bei solchen Giveaways weiß man natürlich, äh, als Creator, dass da mindestens, also vorneweg 80 bis 90 Prozent Durchgangsverkehr ist und vielleicht bleiben so 10 Prozent etwas länger da und davon dann nochmal 10 Prozent lange. Ja, ich würde sagen, äh, das war's eigentlich schon, ne? Zehn Tage Laufzeit, Aktivität, Livestream, jetzt, kommt dazu, Twitch, Link ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Die URL ist twitch.tv slash der Dummbabla. Ich teste das mal kurz, twitch.tv slash der Dummbabla. Und schon komme ich auf den Kanal und da seht ihr auch schon die Livestream-Zeiten, ja, die stehen hier, ähm, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, hoppala, und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und, äh, ja, falls ihr die Zeiten also mal vergessen solltet, guckt einfach vorbei, ja, da steht alles. Und hier unten ist auch immer ein Countdown zum nächsten Stream. Ihr seht, der ist jetzt gleich. Darum muss ich mich etwas beeilen. Ja, so weit, so gut. Ich denke, das reicht hier für eine Giveaway-Ansage. Natürlich hier wieder ein Hallöchen an alle neuen Zuschauer. Wir haben wieder richtig gut zugelegt. Es ist echt nicht mehr weit bis zu unserem, äh, Ziel mit den 10K. Machen wir easy und danach können wir schön locker durch die Hose atmen und es einfach laufen lassen. Und natürlich auch ein Dankeschön an die Neuen, die so richtig, äh, direkt aktiv reingreifen und auch kommentieren und sowas. Das freut mich. Ich kann es natürlich verstehen, dass viele erstmal nur so reingucken und sagen, ja, ich gucke mich mal durch und dann, äh, schaue ich mal, wie der Hase läuft. Aber, äh, manch anderer greift so richtig ins Geschehen ein, kommentiert direkt, das finde ich gut, das finde ich schlecht und papapa. Ja, das freut mich natürlich. Leute, bis gleich. Haut rein. Ciao, ciao. Oh, ha?